Musik Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Was ist mit mir geschickt? Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiter schliefe und alle Nachheiten vergesse? Es war kein Traum. Sein Zimmer lag ruhig zwischen den vier wohlbekannten Wänden. Über dem Tisch, auf dem eine auseinandergepackte Musterkollektion von Tuchwaren ausgebreitet war, Samsa war Reisender, hing das Bild, das er vor kurzem aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hübschen, vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. Ach Gott, was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt. Tag aus, tag ein, auf der Reise. Dies frühzeitige Aufstehen macht einen ganz blödsinnig. Es war halb sieben Uhr und die Zeiger gingen ruhig vorwärts. Man sah vom Bett aus, dass er auf vier Uhr richtig eingestellt war. Gewiss hatte er auch geläutet. Jüngischer Vater, mein Zugang empfügt. Gregor, ist es drei, vierze und sieben? Wolltest du nicht wegfahren? Gregor, ist hier nicht wohnt. Brauchst du etwas? Gregor! Gregor, was ist denn? Gregor! Gregor! Ja, ja, danke Mutter, ich stehe schon auf. Bin schon fertig. Mach auf, ich beschwöre dich. Muss ich nicht im Bett unnütz auffalten. Da ist jemand aus dem Geschäft. Gregor! Der Prokurist ist da. Ich weiß. Gregor! Der Herr Prokurist ist gekommen und erkundigt sich, warum du nicht mit dem Frühzug weggefahren bist. Wir wissen nicht, was wir ihm sagen sollen. Übrigens will er auch mit dir persönlich sprechen. Also bitte macht die Tür auf. Er wird die Unordnung im Zimmer zu entschuldigen, schon die Güte haben. Da drin ist was gefallen. Der Herr Prokurist ist aber nicht so viel. Guten Morgen, Herr Samsa. Ihm ist nicht wohl. Glauben Sie mir, Herr Prokurist, ihm ist nicht wohl. Wie würde denn Gregor sonst einen Zug versäumen? Der Junge hat ja im Kopf nichts anderes als das Geschäft. Er geht abends nie aus, im Gegenteil. Er sitzt mit uns am Tisch, nicht wahr? Und liest still die Zeitung oder studiert die Fahrpläne. Es ist schon eine Zerstreung für ihn, wenn er seine Lautsäge arbeiten macht. An zwei Abenden hat er einen ganz kleinen Rahmen geschnitzt. Er hängt dringend im Zimmer. Sie werden staunen, wie hübsch er ist. Sie werden ihn gleich sehen, bis Gregor aufmacht. Übrigens, ich bin sehr, sehr glücklich, Herr Prokurist, dass Sie da sind. Wir allein hätten ihn nie dazu gebracht, die Tür zu öffnen. Bestimmt ist ihm nicht wohl. Ich komme gleich. Anders, nädje Frau, kann ich es mir auch nicht erklären. Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Wenn ich auch andererseits sagen muss, dass wir Geschäftsleute ein leichtes Unwohlsein sehr oft einfach überwinden müssen. Also kann der Herr Prokurist schon zu dir herein? Nein. Herr Samsa! Was ist denn los? Sie verbarrikadieren sich da in Ihrem Zimmer, antworten bloß mit Ja und Nein, machen ihren Eltern schwere, unnötige Sorgen und vernachlässigen ihre geschäftlichen Pflichten in einer eigentlich ungeheuren Weise. Ihre Stellung ist durchaus nicht die festeste. Und ihre Leistungen waren in der letzten Zeit sehr unbefriedigend. Es ist zwar nicht die Jahreszeit, um besondere Geschäfte zu machen, aber eine Jahreszeit, in der man keine Geschäfte macht, gibt es durchaus nicht. Darf es nicht geben. Aber Herr Prokurist, ich mache ja sofort augenblicklich auf. Ein leichtes Unwohlsein, ein Spindelanfall, haben mich verhindert aufzustehen. Ich lege noch jetzt im Bett. Jetzt bin ich aber schon wieder ganz ruhig. Ich steige aus dem Bett nur einen kleinen Augenblick durch. Herr Prokurist, schon uns in der Hälfte verantwortlich. Die Vorwürfe, die Sie mir jetzt machen, ist ja kein Grund. Sie haben vielleicht die letzten Aufträge, die ich geschickt habe, nicht gelesen. Noch mit dem 8 Uhrzeit fahre ich auf die Reise. Die paar Stunden Uhr haben mich gekräftigt, haben Sie die Güte mir, es ist dem Herrn Schäfte zu empfehlen. Haben Sie auch nur ein Wort verstanden? Der macht sich doch wohl nicht ein Narren aus uns. Um Gottes Willen. Er ist vielleicht schwer krank und wir quälen ihn. Grete! Grete! Mutter? Du musst augenblicklich zum Arzt. Hast du Gregor jetzt reden hören? Mich dem Herrn Schäfte zu empfehlen? Das war eine Tierstimme. Anna! Anna! Sofort einen, einen Schlosser holen! Anna! Hören Sie nur, er dreht den Schlüssel um. Du, 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 du! Nun, ich werde mich gleich einziehen, die Kollektion zusammen packen und wegfahren. Wollt ihr, wollt ihr mich wegfahren lassen? Nun, Herr Prokurist, Sie sehen, ich bin nicht starkköpfig und ich arbeite gern. Das Reisen ist beschwerlich, aber ich könnte ohne das Reisen nicht leben. Wohin gehen Sie denn, Herr Prokurist? Als Geschäft, ja, werden Sie alles wahrheitsgetreu berichten. Man kann im Augenblick unfähig sein zu arbeiten, aber dann ist gerade der richtige Zeitpunkt, sich an die früheren Leistungen zu erinnern und zu bedenken, dass man später nach Beseitigung des Hindernisses gewiss desto fleißiger und gesammelter arbeiten wird. Ich bin ja dem Herrn Schäfte so sehr verpflichtet, das wissen Sie doch recht gut. Andererseits habe ich die Sorge um meine Eltern und die Schwester. Ich bin in der Klemme, ich werde mich aber auch wieder herausarbeiten. Machen Sie es mir aber nicht schwieriger, als es schon ist. Halten Sie im Geschäft meine Partei. Man liebt den Reisenden nicht, ich weiß. Man denkt, er verdient ein Heidengeld und führt dabei ein schönes Leben. Man hat eben keine besondere Veranlassung, dieses Vorurteil besser zu durchdenken. Sie aber, Herr Prokurist, Sie haben einen besseren Überblick über die Verhältnisse als das sonstige Personal. Ja sogar, ganz im Vertrauen gesagt, einen besseren Überblick als der Chef selbst, der in seiner Eigenschaft als Unternehmer sich in seinem Urteil leicht zu Ungunsten eines Angestellten beirren lässt. Sie wissen auch sehr wohl, dass der Reisende, der fast das ganze Jahr außerhalb des Geschäfts ist, so leicht ein Opfer von Klatschereien, Zufälligkeiten und grundlosen Beschwerden werden kann, gegen die sich zu wehren ihm ganz unmöglich ist, da er von ihnen meist gar nichts erfährt. Und nur dann, wenn er erschöpft eine Reise beendet hat zu Hause, die schlimmen auf ihre Ursachen, die nicht mehr zu durchschauenden Folgen am eigenen Leib zu spüren bekommt. Der Prokurist, gehen Sie nicht weg, ohne mir ein Wort gesagt zu haben, das mir zeigt, dass Sie mir wenigstens nur zu einem kleinen Teil Recht geben. Ong! Ja! Mut! Mut! Keine! Ong! Who? Mut! 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 Ich helfe meinen Kaffee saufen, du wirst meinen Kaffee saufen, weg du, kriegst du weg, du Vieh, geh weg, geh weg. Ich helfe meinen Kaffee! Das war's für heute. Gregor? Komm, Gregor. Na komm her. Ja. Hat es dir geschmeckt? Ja? Ich komm morgen. Ja? 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 Komm doch, komm doch. Ja, ich bin schon da. Schau mal her. Hat er was? Woher denn schau? Es ist gar nicht so. Was ist denn? Ich bin schon da. Was hast du gemacht? Du hast die Hose. Das geht hier nie wieder ab. Du hast dich raus. Hast du was? Ich hab dich raus. Hast du was? Wir haben dich aufpassen. Verzeih' mir. Ja bitte. Ich hab dich nicht auch was gemacht. Wir können doch aufpassen. Ich wollte ja rausgehen, ich kann überhaupt nicht rausgehen ohne Rose. Ich finde das immer wieder. Und du mach mir doch passendes Wasser. Und du mach mir doch nicht. Und du mach mir doch nicht. Und du mach mir doch nicht rausgehen ohne Rose. Gestern hat er alles stehen lassen. Aber heute hat es ihm geschmeckt. Und du mach mir doch nicht rausgehen ohne Rose. Es geschah sogar, dass verschiedene Familienschmuckstücke, welche früher die Mutter und die Schwester überglücklich bei Unterhaltungen und Feierlichkeiten getragen hatten, verkauft wurden. Gregor erfuhr nun zur Genüge, denn der Vater pflegte sich in seinen Erklärungen öfters zu wiederholen, dass trotz allen Unglücks ein allerdings ganz kleines Vermögen aus der alten Zeit noch vorhanden war, das die nicht angerührten Zinsen in der Zwischenzeit ein wenig hatte anwachsen lassen. Gregor hinter seiner Türe nickte eifrig, erfreut über diese unerwartete Vorsicht und Sparsamkeit. Musik 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 Oh je. Soll ich dir vielleicht ein Bier bringen? Barbutage. Ich hol's gern selber. Ich kann auch die Hausmeisterin bitten. Lasst mich doch zu Gregor. Er ist ja mein unglücklicher Sohn. Begreift ihr denn nicht, dass ich zu ihm muss? Nein. Komm rein, Mutter, man sieht ihn ja nicht. Und ist es dann nicht so, als ob wir durch die Entfernung der Möbel zeigten, dass wir jede Hoffnung auf eine Besserung aufgeben und ihn rücksichtslos sich selbst überlassen? Nein. Nein. Wir haben auch die Erh Bolsonaro. Aber ich weiß es nicht, dass wir sie arbeiten können. Ich weiß ja nicht, dass es sonst nicht mehr hilft. Ich weiß es nicht, dass es sonst nicht mehr ist. Ich weiß es nicht mehr. Vick! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo! Was ist geschehen? Die Mutter war ohnmächtig, aber es geht ja schon besser. Gregor ist ausgebrochen. Ich habe es ja erwartet. Ich habe es euch immer gesagt, aber ihr Frauen... Ihr Frauen wollt ja nicht hören. Ich habe es schon gesagt, ihr Frauen wollt ja nicht hören. Wir wollen ja nicht hören, dass ihr Frauen habt! Wir haben ja schon rausgelegt, die Musik zu ver closen. Ich bin jetzt mal ein Ratsch, im Ausland. Ich bin jetzt mal ein Ratsch. 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 Das war's für heute. Nein, hör doch auf! Hör doch auf! Die schwere Verwundung Gregors, an der er über einen Monat litt, der Apfel blieb, da ihn niemand zu entfernen wagte als sichtbares Andenken im Fleischesitzen, schien selbst den Vater daran erinnert zu haben, dass Gregor trotz seiner gegenwärtigen, traurigen und ekelhaften Gestalt ein Familienmitglied war, das man nicht wie einen Feind behandeln durfte, sondern dem gegenüber es das Gebot der Familienpflicht war, den Widerwillen hinunterzuschlucken und zu dulden, nichts als zu dulden. Und wenn nun auch Gregor durch seine Wunde an Beweglichkeit wahrscheinlich für immer verloren hatte, so bekam er für diese Verschlimmerung seines Zustandes einen seiner Meinung nach vollständig genügenden Ersatz dadurch, dass immer gegen Abend die Wohnzimmertür geöffnet wurde. Sach international Arschweべich! Institut bei Herstipp Schungs Rין Angehinde Sachver you Ki Wie lange du heute schon wieder nähst? Rendezvous... ...avec vous. Greti, komm her. Na, komm schon. Nein, nein. Mama, du hast zehn. Das ist dein Leben. Das ist die Ruhe meiner alten Tage. Nein, 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 nein. Rendezvous ou la vô? Rendezvous. Rendezvous. Nein, lasse. Laissez, lasse. Ja. Geh schon, geh schon. Rendezvous, le vô, le vô, le vô, venu... Greti, mach die Tür zu. Rendezvous, le vô, le vô, venu, dos trois de l'eau. Weg! Weg! Vermin? Insekt? Vermin? Aber selbst wenn die Schwester dessen überdrussig geworden war, für Gregor wie früher zu sorgen, so hätte noch keineswegs die Mutter für sie eintreten müssen. Und Gregor hätte doch nicht vernachlässigt werden brauchen. Denn nun war die Bedienerin da. Ja, was ist denn das? Ja, um Gottes Willen, du komm mal her! Ja? Wer hat denn das gemacht? Warum bist du nicht in deinem Zimmer geliehen? Warum hast du das Zimmer gemacht? Du sollst in deinem Zimmer bleiben! Du sollst dich nicht darum kümmern! Das ist doch ihre Arbeit! Nein! Ich habe dir immer gesagt, das ist ihre Arbeit! Du sollst dich nicht darum... Nein, hör auf jetzt! Hör auf mit deinem Brüsten jetzt! Ruhe! Verschluck dich jetzt nicht! Also ich halte das nicht mehr aus! Ich halte das nicht mehr aus! Seht ihn mal an, den alten Mistkäfer! Ich halte das nicht mehr aus! 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 Ah, na komm her, du alter Mistkäfer! Ah! Ah! Also, weiter geht es nicht! Man hatte sich angewöhnt, Dinge, die man anderswo nicht unterbringen konnte, in dieses Zimmer hineinzustellen. Und solcher Dinge gab es nun viele, da man ein Zimmer der Wohnung an drei Zimmerherren vermietet hatte. Diese ernsten Herren waren peinlich auf Ordnung bedacht. Unnützen oder gar schmutzigen Kram ertrugen sie nicht. Viele Dinge waren überflüssig geworden, die zwar nicht verkäuflich waren, die man aber auch nicht wegwerfen wollte. ... 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 War er ein Tier, da ihn Musik so ergriff? Ihm war, als zeige sich ihm der Weg zu der ersehnten, unbekannten Nahrung. Er war entschlossen, bis zur Schwester vorzudringen und ihr dadurch anzudeuten, dass er die feste Absicht gehabt habe, sie auf das Konservatorium zu schicken. Herr Samsa! Hier! Sehen Sie mal! Geh weg! Geh weg! Bitte, mein Herr, bitte, wenn Sie vielleicht in Ihr Zimmer gehen würden, mein Herr, bitte, bitte, das hat nichts zu bedanken, mein Herr, bitte, bitte, gehen Sie doch, mein Herr, bitte, kümmern Sie doch, mein Herr, bitte, kümmern Sie sich doch um ihn. Ich erkläre hiermit, dass ich mit Rücksicht auf die hier herrschenden, widerlichen Verhältnisse mein Zimmer ab sofort kündige. Ich werde natürlich für die Tage, die ich hier gewohnt habe, nicht das Geringste bezahlen. Im Gegenteil, ich werde es mir sehr gründlich überlegen müssen, ob ich nicht mit irgendwelchen sehr leicht zu begründenden Forderungen gegen Sie auftreten werde. Und ich kündige auch. Ich kündige auch. Liebe Eltern, so geht das nicht weiter, wenn Ihr das vielleicht nicht einseht. Ich sehe es ein. Ich will vor diesem Untier den Namen meines Bruders nicht aussprechen. Und sage daher bloß, wir müssen versuchen, es loszuwerden. Wir haben das Menschenmögliche versucht, es zu pflegen, es zu dulden. Ich glaube, es kann uns niemand den geringsten Vorwurf machen. Sie hat tausendmal recht. Wir müssen versuchen, es loszuwerden. Es bringt euch beide noch um. Ich sehe es kommen, wenn man so schwer arbeiten muss wie wir alle, kann man nicht noch zu Hause diese ewige Quälerei ertragen. Wir müssen es einfach loswerden. Ich kann es auch nicht mehr. Aber Kind, was sollen wir denn tun, wenn er uns verstünde? Weg, Busser! Das ist das einzige Mittelfater. Du musst bloß den Gedanken loszuwerden versuchen, dass es Gregor ist. Wenn es Gregor wäre, hätte er längst eingesehen, dass ein Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht möglich ist und wäre freiwillig fortgegangen und würde sich ja dauernd quälen. Wir hätten dann zwar keinen Bruder mehr, aber könnten weiterleben und sein Andenken in Ehren halten. So aber verfolgt uns dieses Tier, vertreibt die Zimmerherren und will offenbar die ganze Wohnung einnehmen und uns auf der Gasse übernachten lassen. Zimmervater, er fängt schon wieder an. Aber Gregor fiel es doch gar nicht ein, irgendjemanden und gar seiner Schwester Angst machen zu wollen. Er hatte bloß angefangen, sich umzudrehen, um in sein Zimmer zurückzuwandern. Und das nahm sich allerdings auffallend aus. Da er infolge seines leidenden Zustandes bei den schwierigen Umdrehungen mit seinem Kopfe nachhelfen musste. Er hatte zwar Schmerzen im ganzen Leib, aber ihm war, als würden sie allmählich schwächer und schwächer und würden schließlich ganz vergehen. Den verfaulten Apfel in seinem Rücken und die entzündete Umgebung spürte er schon kaum. An seine Familie dachte er mit Rührung und Liebe zurück. Seine Meinung darüber, dass er verschwinden müsse, war womöglich noch entschiedener als die seiner Schwester. In diesem Zustand leeren und friedlichen Nachdenkens blieb er, bis die Turmuhr die dritte Morgenstunde schlug. Dann sank sein Kopf ohne seinen Willen gänzlich nieder und aus seinen Nüstern strömte sein letzter Atem hervor. Und aus seinen Willen gänzlich nieder und aus seinen Willen gänzlich nieder. Und aus seinen Willen gänzlich nieder und aus seinen Willen gänzlich nieder und aus seinen Willen gänzlich nieder. Sehen Sie's nur mal an, es ist krepiert. Da liegt es, ganz und gar krepiert. Tod? Das will ich meinen! Nun, jetzt können wir Gott danken. Ja, seht nur, wie mage er ist. Er hat seit zwei Tagen nicht mehr gegessen. Grete, komm auf ein Weilchen in unser Zimmer. Ja. 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 So, komm her, du alte Mistkäfer. Wo ist das Frühstück? Wo ist das Frühstück? Wo ist das Frühstück? Auf. Pssst. 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 Ah, 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 ah! Verlassen Sie sofort meine Wohnung. Wie meinen Sie das? Ich meine es genauso, wie ich es gesagt habe. Also, dann gehen wir. Dann gehen wir. Dann gehen wir. Oh! Ich gehe! Nun? Was wollen Sie denn eigentlich? Ja, also darüber wie das Zeug von nebenan. Weggeschafft werden soll. Brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Es ist schon in Ordnung. Also adieu allerseits. Abends wird es entlassen. Also kommt doch her. Nun lasst doch endlich die alten Sachen und nehmt doch ein wenig Rücksicht auf mich. Sie beschlossen den heutigen Tag zum Ausruhen und Spazierengehen zu verwenden. Und so setzten sie sich zum Tisch und schrieben drei Entschuldigungsbriefe. Herr Samsa an seine Direktion, Frau Samsa an ihren Auftraggeber und Krete an ihren Prinzipal. Dann verließen alle drei gemeinschaftlich die Wohnung, was sie schon seit Monaten nicht getan hatten. Sie besprachen die Aussichten für die Zukunft. Sie wollten nun eine kleinere und billigere, aber besser gelegene und überhaupt praktischere Wohnung nehmen, als es die jetzige noch von Gregor ausgesuchte war. Während sie sich so unterhielten, fiel es Herrn und Frau Samsa im Anblick ihrer immer lebhafter werdenden Tochter fast gleichzeitig ein, wie sie in der letzten Zeit trotz aller Plage, die ihre Wangen bleich gemacht hatte, zu einem schönen und üppigen Mädchen aufgeblüht war. Sie dachten daran, dass es nun Zeit werde, auch einen braven Mann für sie zu suchen. Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten, als sie am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte. Direkt im Anschluss zeigen wir die Verwandlung als Zeichentrickfilm, gleich hier in Dreisat. Die Verwandlung als Zeichentrick, gleich hier in Dreisatrick, gleich hier in Dreisatrick, gleich hier in Dreisatrick, gleich hier in Dreisatrick. Die Verwandlung als Zeichentrick, gleich hier in Dreisatrick, gleich hier in Dreisatrick, gleich hier in Dreisatrick, gleich hier in Dreisatrick. Die Verwandlung als Zeichentrick, gleich hier in Dreisatrick, gleich hier in Dreisatrick. Die Verwandlung als Zeichentrick, gleich hier in Dreisatrick, gleich hier in Dreisatrick, gleich hier in Dreisatrick, gleich hier in Dreisatrick. Vielen Dank.